Okay, Legspike ohne Ende. Merci. Ich wollte doch jetzt hier mir sowas kaufen. So und ich bin Level 7. Dann habe ich jetzt schon mal eine bessere Waffe und mache damit hoffentlich auch mehr Damage. Die hat auch wieder ein Speer gedroppt. Vielleicht kann ich ja irgendwie Waffen auch verkaufen. Also hoffe ich zumindest. Weil sonst ist nur mein ganzes Inventar voll. Okay, die haarige Kappe, die ist einen Punkt besser. Ich habe endlich mal eine Hose an. Level Minimum 5. Warum geht das dann nicht? Okay, die konnte ich jetzt anziehen. Und Schuhe kann ich immer noch nicht anziehen, aber Level 8 Schuhe sind ja nicht so verkehrt. Okay, dann gucke ich mal. Possible Quests. Cook Assistant. Soll ich bei dem dann die Kartoffeln schälen oder was? Spider Cave. Okay. Talk to the Cook in Ragnia. 844. 1484. So. 844. Und dann muss ich irgendwie. Moment. Hier lang. Hier lang. Hier. Nö. Aber vielleicht hier. Da guck. Ist hier was drin? Nö. Okay. Also viele Kisten kann man gar nicht öffnen. Ich kann dem jetzt nicht irgendwie die Einrichtung plündern. Ach, der hat sogar eine Schürze an. I can't believe what is happening to me. Ja, was denn? The king ordered me to bake cakes for all those new recruits. Ja, wir sind halt hungrig. Unfortunately I don't have the ingredients to make them. And nobody sells those items in the fort. You think you could get me? Zwei Eier. Ein Eimer Milch. Drei Weizen. Really quickly. Ja, keine Ahnung. Find two egg, one milk, three wheat. Ähm. Also es gibt da vorne ja diesen Weizenhändler. Von dem kann ich Weizen einfach kaufen. Aber Eier und Milch? Und warum verkaufen die Händler dem Koch keine Lebensmittel? Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Ja, kaufe ich die einfach. Ich habe genug. Smaragde. Hallo? Okay. Ähm. Selling Adventure Reboots. For Level. Ah, okay. Ja, man kann mit anderen Spielern handeln. Das hat richtig viel XP gegeben. Ja, nicht so viel. Also das ist irgendwie Zufall mit den XP Punkten. Aber wo finde ich Eier? Ich meine, gibt es hier noch mehr so Bauern, die... Komme ich hier nicht mehr hoch? Offenbar nicht. Ähm. Ja, ich bräuchte Kühe. Okay, ich dachte schon, vielleicht habe ich einen Eimer irgendwie in meinem Inventar. Aber das ist jetzt schon die zweite Quest, wo man einfach nur... ...ja, das Dorf hier absuchen muss, wie es aussieht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für zwei Eier jetzt irgendwie... ...ääh, in den Dungeon muss oder so. Achja, Dungeons gibt es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit den Quests irgendwie zusammenhängen oder ob das völlig... ...unabhängig davon ist. Und ich laufe hier gerade irgendwie völlig planlos in der Gegend rum. Kann ich eigentlich mit dem hier nochmal sprechen? Hi there, still doing well after all this time? Ja, geht noch. Ja, mehr sagt er nicht. Kann aber zwischendurch mal wieder skillen. Ja, da ich Warrior bin, gehe ich hier wirklich mal immer auf Strength und Defense. Ja, der macht mir ja nur Tränke. Kann ich aber mal gucken. Boah, aber der hat nur die zwei. Ja, hier kann man überall in die Häuser reingehen. Aber... Ach, und der macht Scrolls. Aber so richtig viel finde ich dann auch nicht. Das ist die schwerste Quest, oder? Zwei Eier und ein Eimer Milch. Oder gibt's hier noch mehr solche Händler? Was ist denn zum Beispiel hier? Nichts. Also Kisten hier drinnen in der Stadt. Gut, da geht's ja schon wieder raus. Mit denen kann ich offenbar nichts anfangen. Ja. Da war der Koch. Der sagt mir auch absolut nicht. Gibt mir keinen Hinweis. Nö. Was ist das hier? Irgendwie Bonsai Baum Plantage oder was? Keine Ahnung. Aber das ist hier auch sehr lauschig. Ein lauschiges Plätzchen. Ein Lustgarten zum Wandeln. Aber ich will ja hier endlich eine Quest lösen. So. Hier sind nur so Schlafkammern. Ja, dann weiß ich echt nicht, wo es weiter geht. Beware of Dog? Hallo. Ist aber nicht zu Hause. Hätten sie ja eigentlich noch einbauen können. Woher ist der fucking Koch? Ja. Den Koch, den habe ich leicht gefunden. Da waren ja Koordinaten dabei. So, das ist der Gefängnis Typ. Und was ist das hier? Ich glaube hier war ich aber auch schon drin. Boah. Auch nicht so spannend. Moment. Was schreiben die da? Level 13 oder höher? Nö. Okay. Und da kommen dann immer wieder Angebote, dass jemand was verkaufen will. da oben ist noch ein Turm. Ja und hier ist nur der Weizenhändler. Aua. Ach ja, hier war das mit der Kanalisation. Genau. Kann ich eigentlich? Das probiere ich aber gerade noch aus. Ähm. Ob jetzt der Typ noch was sagt. Oder ist das so, wenn man die Quest dann abgeschlossen hat, dann... Ja. Wahrscheinlich sagen die einem dann nichts mehr. Äh. Ah, da hinten. Also der eine will... Der eine will nicht mehr aus dem Gefängnis raus. Der andere will hier in der Kanalisation bleiben. Das sind schon merkwürdige Leute hier. Okay, dann weiß ich aber Bescheid. Wenn man einmal eine Quest gemacht hat, dann... Äh. Ja, dann bringt das nichts mehr, die nochmal anzusprechen. Aber da ich jetzt wirklich nicht weiter weiß, wo ich hier Eier finde. Mache ich mal das hier wieder aus, habe ich die ganze Zeit laufen. Äh. Ja. Mache ich dann hier erstmal eine Pause. Es macht aber auf jeden Fall richtig viel Laune. Und ich werde das auf jeden Fall weiterspielen. WinCraft, äh, den Server. Link werde ich in der Videobeschreibung posten. Und ja, in diesem Sinne. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loy. journalists Decide. Herredge.